jetzt hab ich mal die martini henry mitgenommen die sie mir unbedingt aufdrängeln wollen auch haben das glaube ich jetzt nicht ja doch hier guckst du an alter wenn du die da sind auch haben wieder man über das dach wenn du die waffe auf dem rücken hast weil ich das mit dem schwert fast bis auf den boden ist krass unnormal er macht lärm vor 10 das ist wieder dynamit dabei ein splitterbommer die möchte ich nicht so mit dem dicken auf dem hauptmauer alter das sind zwei stück und ich hau mal die schuldet wir gehen zur kirche ich hau mal die fetten kommen die mal zusammen die sind durch eine maure getrennt das wäre gespuckt das misst viel naja jemand zur kirche gibt ja da hinweise viele total verrückt stehen einfach zwei von den fetzigen direkt beim hinweis so was sinnlos ist der fette latscht durch die raben die machen nichts komisch wohin deswegen ja bis zu fisch wirklich am letzten arsch der welt vor allem die bei den gräbern haben sie den ausgang hätten das nicht mal baden minuten er machen können da hätten wir gleich dahinten lang ich habe die durch das hohe gras gar nicht gesehen und wir saßen wieder manchmal waren ja auch nichts total die schweigsam und dann reißen sie das maul auf als gäbe es kein morgen naja gut die haben eh gleich ihre sicht müssen gucken dass hier andere jäger schon gelandet sind oh wer sagt es ja da hinten nordwesten hallo der schießt schon auf dich ja der kommt näher ja der steht stand da ist tot sehr gut das hat er nur noch von da ich glaube ich sollte nur noch winfield spielen ja geht gut mit der winfield bei dir ja lange zeit mal wieder ich glaube da am fenster wird gerade einer wollen wir mal vorsichtig sein ob der noch einen partner dahinten hat mhm wo liegt der eigentlich du bist fast auf deinem wasser ich schau mal grad nach einer laterne mhm ja aber da liegt im wasser den können wir nicht anbrennen stimmt nur mit einer wasser ach jetzt haben sie das ding zugemacht was mit der wassermelone ne mit der brandbombe die auf wasser brennt ach so hab ich nicht ich könnte höchstens ne giftbombe draufwerfen aber wir sind ja schon wieder irgendwie auf dem präsentierteller ja ja da hämst du mhm der ist immer noch auf deiner seite von dem erd hügel ich zieh den grad nicht von meiner seite ach die scheiß zombie ist ja wohl das wasser gerade ich bin nicht erschrocken ich geh mal ein bisschen außen rum mal gucken ob ich den zu gesicht bekomme na er sieht mich anscheinend schon der ist auf dem hügel schwarzmantel mhm sehr schön ich hab's gesehen der ist richtig schön da reingerannt geil so wo ist eine mosin echt was ist mosin mhm zorngeist ach ne ne label die nehm ich doch glatt ne bornheim ja ich weiss nicht ne alter ich hab zwei erstickungsbomben bekommen mal ernst hm doppelt hält besser oder wie ich hab ne ausdauerspritze super da jag ich sie mir gleich mal rein hey jetzt verschanzen sie sich da drin ich schmeiß mal da vorn ne dingchen ne gasbombe ja wollen wir irgendwo rein ich bin jetzt nicht so gut dafür gerüstet ja ich hab eigentlich auch nicht nein ich hab sowas nicht ich kann auch warten bis die rauskommen wo müssen die eigentlich hin ich hab da gar nicht geguckt ich hab schon gräber da laufen die ja hinten raus sehen wir sie nicht ja wir können auch hier rumgehen und auf die andere seite mhm was hast du geschossen ich fasse achso ich hab das grad gesehen und dann lassen wir uns so lange drin ein bisschen verrecken ja oder zeitdruck haben hm keine munition oh doch ach meine munition ist frei alter das dach hat auch nur durchgehen aha ja putz dich gar nicht putz dich gar nicht du hast gerade sprung ja ja ob ich die anschwickeln kann tatsache du kannst auch normale Zombies mit der Leuchtfackel anschmeißen ja was klar ich hab's noch nie gemacht kannst dich auch mit der Leuchtpistole abschießen brennen dann auch aha naja naja gut dann schießt ja immer direkt brennendes Zeug aber ich weiß naja gut hier brichst du es auf und schmeißt es dran ja wenn du auch da mit euch anschießt äh spieler haben verliehen direkt park aha was machst du das Micha nee entweder waren dieses die drin hocken oder da kommen noch welche ich glaub eher da kommen noch welche ja ach das ist der scheiß Wasserteufel und meine Fackel die ihr so plätschert ich dachte läuft einer durchs Wasser ja da sind andere gekommen wollen wir wieder zurückschleichen ja die sind doch ich glaub von der gleichen Richtung gekommen wie wir hm oh da vorne haben sie Stachelkarte ausgelöst da hat grad einer ein Dynamit hingeworfen die müssen irgendwo ziemlich nah da sein so weit können die das ja nicht werfen mhm mal schauen ob die jetzt vorpushen ist denn hier was ist das da hinten brüllt irgendwie ein Gwanzer da rum Mist ich bin da runtergefallen ach da brennt es auch in dieser kleinen Hütte aha diese Durchgangshütte okay da kommt schon jetzt habt ihr euch den Weg da freig bringt jetzt geht doch da hin ja ja wie ist das denn Jagen dort alles in die Luft. Ja. Die Pyromanen. Mhm. Ich hab einen. Sauber. Ich würd grad sagen, ich hab doch auf deiner Seite was gehört. Ach, da haben wir was erliegt. Mhm. Jetzt hat man davon, wenn man so viel Lärm macht. Ja. Außerdem sind die ja dazu da, um erschossen zu werden. Wir wollen das Bountier. Ja. Oh, da ist einer verweigt. Ja, Richtung Südösten. Aber an was? Schall gedämpft. Oder an Wasserteufel. Hm. Keiner. Da müssen aus der Richtung ja auch noch ein paar kommen. Ach, die da drinnen sitzen fest wie Blutegel. Ja. Die lassen uns die Drecksarbeit machen. Mhm. Aber sollen wir noch rechts sein? Zum Schluss holen wir uns die auch noch. Ja. Ja. Oh ja, da drüben sind welche. Scheiße, ich seh's noch nicht. Die sind jetzt da hinter der Hütte. Oben. Einer ist runtergesprungen da. Der rennt nach da hinten. Richtung Gräber rennt er. Sein Partner ist noch da vorne. Ich renne beide weg. Sein Partner ist da. Hat einen Hit. Hat die Hütte? Ach, die vom Bounty haben gerade auch geschossen. Oh fuck, hier kommt einer nah. Das ist ein Zahnbiller. Oh. Ich hatte was getroffen, aber. Killed. Ja, mit seiner Springfield. Der eine hat wieder einen Hit. Mann. Oh, jetzt hat er mich mal getroffen. Mist. Nur noch fünf Schuss. Machst du vielleicht mal Positionswechsel? Ja, der Positionswechsel. Sonst ahnen die, dass wir immer an der gleichen Stelle vorgucken. Bis wir uns dann irgendwann... Die laufen weg, Alter. Echt? Hm. Die laufen dahinter. Scheiße. Hast du noch irgendwo Munition gesehen? Nee. In der Hütte da vorne war ich, glaube ich, schon. Nee. Hier. Hier in der Hütte noch nicht. Bitte, dass Munition da sein. Natürlich nicht. Es ist zwar Munition da. Ey, der eine mit dem Bounty ist schon fast bei der Sägemüge. Was? Der andere chillt noch drin. Ich habe gerade auf die Karte geguckt. Hi. Oh, ich bin jetzt erschrocken. Wollen wir dem einen hinterherren oder reingehen? Wir gehen rein, ne? Ja. Der andere ist jetzt bei der Sägemühle. Ey, was geht ab? Wollen wir, ich gucke noch mal kurz an Munition. Oh ja. Hier vorne, hier oben bei mir. Bist du drin? Ich bin der Schallgedämpfte, ja. Ich bin schon oben. Okay, ich komme auch hoch. Habt ein Hit von mir? Scheiße. Noch ein Hit? Pass auf, der rennt zu dir jetzt. Nee. Der ist runtergerannt. Der sitzt unter mir. Ist tot. Sag gut. Der wollte sich gerade ein. Hast du da ein Medikit irgendwo? Ich habe bis jetzt noch keins hier drin gesehen. Doch, hier. Das ist ja schön. Und da ist auch noch eine Munitionskiste hier unten. Ja, was will man mehr? Hier. Und hier. Guck gerade mal, ob ich jemanden sehe. Nee. Die sind alle dem anderen Typen hinterher gerannt. Deswegen sind die weggerannt. Ja. Dann loot den mal. Alter, der ist hier schon am Extraction Point. Dann gehen wir bei den Kräbern raus, oder? Hast du gelootet? Ja. Gut. Da wird er gekämpft. Komm, da gehen wir hin, oder? Oh, der ist safe rausgehen. Nee. Ich habe mir schon ein paar Kills gemacht. Ich will nicht safe rausgehen. Ich will nicht safe rausgehen. Oh, Matze, da hinten. Das sind die von eben. Sind jetzt da drinne. Oh, hier ist einer ganz nah, Matze. Fuck, 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 weg, weg, weg. Matze, einer ist ziemlich nah. Ja, warte. Lass uns mal ein bisschen eine sichere Position suchen. Ja, ich gehe hier ins Gebäude oben hin. Da ist noch ein Dritter. Was? Da ist noch ein Dritter. Ehrlich? Ja, weil ich habe die zwei da hinten gesehen. Die haben auf mich geschossen, aber dann habe ich hier vorne... Nee, da ist einer rüber hier ran. Ich dachte, einer von den zwei ist rüber hier ran. Ja, ist auch. Echt? Hm. Ach, da links. Digga, ich sehe den einfach nicht in dem Gebüsch. Scheiße. Scheiße. Deiner Trickspringfielde. Puh. Ey. Knapp in meinem Kopf. Ich gehe jetzt weiter links. Auf der anderen Seite von der Hütte. Liegst du draußen? Kann man dich aufheben irgendwie? Ich liege auf der Treppe hoch. Sehr schön. Können wir erstmal spritzen. Ich habe gar nichts mehr. Doch, eine Spritz habe ich noch. Oh, der ist jetzt auf der rechten Seite. Hast du gehört? Da, wo ich gerade war. Ja, aber oben. Also oben auf dem Holz läuft der schon. Da vorne. Hinter dir. Der ist da unten. Ey, scheiße. Warte, ich habe dir doch gesagt. Wo war denn der? Von unten hoch? War der nicht hier vorne? Ja, weiß ich nicht. Ja, der hat dann von unten hoch geschossen. Wie soll es? Okay. Jawohl. Schön ins Wasser geworfen. Oh, ich brenne. Oh, heile dich. Oh, heile dich. Da hat er schon. Sehr gut. Der andere ist ein Kinderspiel. Da war der schon mal gekillt. Oh, fuck. Dann heb mich schnell auf. Oh, ich habe nichts mehr zu heilen. Oh, ich habe nichts mehr zu heilen. Oh, ich habe nichts mehr zu heilen. Klar, sein Dreckspartner steht auf und schießt mich erst mal fast tot. Geht dann ab, ey. Hm. Dreckskerl. Dreckskerl. Mich ja total enraged. Nein, was mache ich denn? Was machst du denn? Ich wollte auf die Kiste springen, aber das macht mein Handhang. Nur, ich springe erst mal aus dem Fenster übers Geländer. Hm. Wunder. Hast du ihn getroffen? Scheiße, ich bin schon wieder tot. Oh, Mist. Ja, magst du nicht immer an derselben Stelle dich zeigen? Äh. Bist du bei mir? Ja. Oh, ist ja gut. Sie wollen pushen. Ja. Aber dann muss er durch die Dings. Ah, scheiße, jetzt ist auch Granate weg. Der eine war gerade hier oben schon. Oh, nein. Nein. Mann. Fuck. Oh, Erzdorf. Oh, pass auf. Sehr gut. Scheiße. Ey, das kannst du doch nicht. Was hatte der? Alter, scheiß Bornheim, ey. Hast du nicht auch einen hier? Nee, ich hatte die je. Ah, wie heißt die nochmal? Offizier. Ach so, ja, stimmt ja. Aber ich check nicht, waren das zwei Solo-Spiele, dass der eine wegrennt, der andere bleibt da? Das habe ich nicht kapiert. Das war's. Das war's. Und da war's. Oh, das war's. Das war's. Und da war's. Oh, das ist área. Da war's. Und da war's. Ich habe zu Vater. Oh, das war's. Oh, das war's. Ich weiß nicht.